Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe das Gap im Sommer für unsere 5-jährige Tochter bestellt. Wie viele andere kleine Mädchen ist auch sie ein riesiger Eiskönigin-Fan und sie hat sich erwartungsgemäß sehr über die Mütze gefreut. Material, Qualität und Verarbeitung sind gut den derzeitigen Preis von unter 8 Euro finde ich sehr günstig. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.